Moin, ich bin Thorsten vom Buben Biking Garden. Am 7. März haben wir unseren 36. Geburtstag und den feiern wir mit großmitteln Tag der Offentür und natürlich mit einer großen Verlosung. Große Verlosung heißt dieses Jahr, wir haben ein Gewinnspiel hier bei Facebook, da könnt ihr einen Dinokar gewinnen und ein Gewinnspiel bei Kreiszeitung, da könnt ihr auch einen Dinokar gewinnen. Gleichzeitig haben wir hier natürlich auch Lose liegen, dass ihr natürlich auch die Verlose hier bei uns im Laden aussuchen könnt am 7. März von 9 bis 17 Uhr. Die Thierungen in Namen von der Facebook Verlosung findet am 6. März um 17 Uhr statt durch die Facebook Lipsfee und die Verlosung von der Kreiszeitung und halt hier bei uns in den Räumlichkeiten findet am 7. März um 17 Uhr statt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet, kommentieren würdet und teilen würdet. Das ist aber kein Muss. Die Teilnahmebedingungen lest ihr hier oben über dem Video. Wir würden uns natürlich tierisch freuen, wenn ihr mitmachen würdet und uns natürlich auch am 7. März von 9 bis 17 Uhr besuchen würdet. Wir haben tolle Preise, tolle Aktionen. Lasst euch überraschen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Das Team von Bokeh in Weitengarten. Ciao.